Guten Tag, mein Name ist Gerhard Heim vom Lions Club Main-Kinzig Interkontinental. Auch in diesem Jahr gibt es wieder die Adventkalenderaktion des Fördervereins des Lions Club Main-Kinzig Interkontinental e.V. Im vergangenen Jahr konnten wir mit dem Verkauf 22.000 Euro erzielen, die zu 100% an verschiedene Kinder- und Jugendprojekte im Main-Kinzig-Kreis weitergeleitet wurden. An diesen Erfolg möchten wir auch 2016 anknüpfen. 6.500 Adventkalender zu je 5 Euro warten bis zum 30. November auf Ihre Käufer. Jeder Kalender hat eine Losnummer, die unter notarieller Aufsicht gezogen wird. Die Gewinner werden auf unserer Homepage und von unserer Partner-Tageszeitung GNZ täglich veröffentlicht. Ja, liebe Bürgerinnen und Bürger, mein Name ist Thorsten Scholz. Ich bin Bürgermeister der schönen Kreis- und Barbarossa Stadt Gelnhausen. Und selbstverständlich unterstützen wir auch in diesem Jahr wieder die Adventskalenderaktion des Lions Clubs. Und ich bitte Sie, unterstützen Sie auch durch den Kauf eines Adventskalenders diese wunderbare Aktion, die gerade in der Adventszeit eine schöne Möglichkeit ist, um Kinder- und Jugendprojekte bei uns hier im Main-Kinzig-Kreis zu unterstützen. Denn jeder Euro aus dem Adventskalender kommt sozialen Projekten zugute. Vielen Dank! Guten Tag, mein Name ist Susanne Simmler, Erste Kreisbeigeordnete des Main-Kinzig-Kreises. Auch wir unterstützen gerne die Adventskalenderaktion der Lions. In diesem Jahr warten über 400 Preise im Gesamtwert von mehr als 15.000 Euro auf die Gewinner. Einfach Kalender kaufen und die Losnummer täglich mit der Auslosung vergleichen. Mehrere Kalender erhöhen natürlich Ihre Gewinnchancen. Dank der Sachspender und Sponsoren sind sämtliche Kosten, auch die der Kalenderproduktion, bereits beglichen, sodass alle Verkaufserlöse in vollem Umfang der guten Sache zugute kommen. Wir alle freuen uns über Ihre Teilnahme und wünschen Ihnen viel Glück!